Ah, geil! Echt nicht? Ja. Entschuldigung. Ahem. Die Punkte-Geschichte-Ausrüstung kommt, na, jetzt kommt der. Wir hatten das auch schon, dann konnte das Intro nicht öffnen. Wir probieren das jetzt nochmal. Ich möchte täglich die Franzosen aus dem Auto fahren. Keine Brille macht nichts aus, wenn die Kreuzung folgt. Fährmann kurz und auch kann sein. Jetzt mal im Weg steht, wenn man auf dem Gehweg geht. Tut mir auch nicht bald, tut mir aber nicht leid. Nein, nein. Auch so ein Spaß auf dem Gesicht zu kommen. Hab ich irgendwo gelesen? Und das Team verschwinden wir zu dem Sonnen. Gerade so. Als wäre nichts gewesen. Ich möchte neben die Franzosen auf dem Fahren. Egal wo man parkt und einer ruht ab. Es ist immer nur ein Vorstrahl. Kann sein, dass man sich weh tut. Wenn man einen falschen Typen anruht. Tut mir auch nicht leid. Tut mir auch nicht leid. Tut mir auch nicht leid. Mit Sachen zieht man eine andere Reichen. Dinge aus dem Denkweg. Ich halte También die Franzosen auf. Fahr mal rechts, mal links, mal rückwärts. Vom jetzigen Schlag. Wo da los geht es immer nur fort. dass man es schaffen soll, dass man erschiebt geht immer nicht den Geraden. Den Weg tut mir auf ich bleib. housekeeping Nein, 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 nein. Nein, nein, es gibt nicht viel zu entscheiden Der letzte Mal was du hast, du gehst, du gehst, du bleibst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst Das dankbar war's, der Herr vielleicht, weil er viel später Seine Blut und der Leichtigkeit, der lebt, wie vor so viel Mauer gefahren Eine Delle macht nichts aus, und wenn die Kreuzung folgt, fährt man trotzdem drauf Das war ein Weg still, wenn man dich nicht geraten, wie geht es mir auch nicht leicht Nein, 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 nein